Okay, 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 okay. Also noch mal das Ganze. Du musstest wieder alles kaputt machen. Ich hab gar nichts kaputt gemacht. Ich hab gesagt, lass mich mal. Lass den Profi ran. Ach, das musst du ja. Das muss auf meins sein, ja. Och, Alter. Mach doch mal das richtige Portal. Was machst du denn da? Danke. So, hopp da jetzt. Hopp da jetzt mal ratzfatz, wir wollen das Level schaffen, mein Gott. Ich hab wieder zu viel Zeit vertrödet. Also wir sind gelkert, die YouTuber ist doch klar. Nein! Ja, genau. Ich möchte weinen. Nicht mal möchte ich wirklich weinen. Wenn ich wissen, gelkert, die YouTuber ist doch klar. Ja. Alter! Ey! Sag nichts! Ich krieg ein Rappel, ey. Sag einfach nichts. Jetzt pack das Ding da oben hin. Das ist schon nix da oben. Ja, so ist gut. So ist gut? Noch ein bisschen? So würde ich sagen. Ja, so müsstest du doch... Spielen dieses Scheißspiel jetzt nicht nochmal. Jetzt mal so müsste es doch perfekt sein, Alter. Du musst dich auch schon so schräg hinstellen, dass du da hinguckst, ey. Du hast nichts gesehen. Manchmal möchte ich weinen. Ey, das ist mein Spruch, verpiss dich. So, so müsste es perfekt sein. Na! Au! Au! Nein! Nein! Jetzt wackeln! Alter! Nicht! Setz das Teile doch einfach zwei Millimeter dahin! Nein, zu viel! Nein, das passt. Das passt. Das könnte sogar passen. Das ist perfekt. Das passt überhaupt nicht. Ich leite euch mit dir. Ja, da war es doch gerade. Ja, jetzt lass ihn! Nein, er wandert raus! Alter. Okay, warte, warte, warte. Okay, okay. Nee, du musst sowieso. Geh weg! Ja. Ich will ihn nicht loslassen. Du musst einmal aus dem Dings raus. Okay. Hä, wie soll man das denn auch schaffen? Okay, wir müssen den wirklich perfekt da reinsetzen. Du musst es doch ein bisschen weiter nach da setzen. Nach... Ja, genau. Da hin ungefähr. Dann müssen wir den Kubus wirken... Oh, guck! Nein, das ist doch nicht dein Ernst! Alter, wie knapp! Warte mal, ich geh mal rein. Und ich richte den Leute den zurück. Und ich nehme den Leute mal raus und dann schau ihn durch. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Vorsicht! Vorsicht! Vorsichtig! Das war doch gut gerade. Ja, ja, nein! Ey, wir müssen ihn sowieso durchschicken. Fuck. Fuck. Nimm ihn doch einfach. Fuck. Fuck. Nimm ihn doch. So, der müsste jetzt wirklich perfekt sein. Wir stellen es darauf. Ich gebe Gas! Alter! Ey, wir sind so unfähig. Shit. Das ist gerade über uns unfähig. Papa, ne Perspektive. Alter. Alter. So, ne? Jetzt muss das doch so reingesetzt werden, oder? Ja, lass los. Ja, lass los. Ja! Ja, das war's! Scheiße! Schnell, 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 gib Gas, Luke, gib Gas. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Ich kann es selber nicht glauben, ich habe es geschafft, endlich in meinem Leben, alles ist geschafft. High five. Alter, ich habe einen Lernanfall. Genau. Alter, du alte Fettzau. Ja, genau. Okay, ich habe es geschafft. Ja, okay. Ja, geh auf, Tür. Jetzt auf. Direkt auf deinem Kopf gelandet. Du fährst vor you. Okay, Nick, Achtung. Ja, ich mach auf. Ich mach da einzeln. Fuck, ey, irgendwie müssen wir diese Wand hier rausbekommen. Die Wand muss weg. Sonst mach ich hier gar nix. Die muss weg. Die muss einfach weg. Und komm ich sehen. Ah, alles klar, alles klar. Komm mal hier. Du fliegst hier gemütlich rum. So, hier müssen wir hören. So, hier müssen wir hören. So, das rätselig fliegen müssen rum. Du fliegst hier rum, alles klar. Fuck. Was machst du da hinten? Oh, ich bin da und ich bin hier und ich bin überall. Nein. Ah, 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 ah. Okay, wir müssen uns irgendwie rüberschießen, hab ich so ein Gefühl. Ah, 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 ah. Oh, je, ah. Ah. Ah, 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 ah Und zwar, pass auf, Fakt ist, wir müssen da hinten hin, ja, um diesen beschissene Knopf zu drücken. Und dazu müssen wir da oben drücken. Dazu müssen wir uns hier, vermute ich jetzt mal so, hochkatapultieren, nach da, ja, können uns dann da hinten ein Portal setzen, dann so, dann da raus und dann landen wir da hinten, ja? Das hab ich jetzt nicht verstanden. Aber das macht doch gar nichts, ja? Dass du das nicht verstehst, war mir klar. Nein! Alter! Du würdest es mir, wenn persönliche Interpretationen in das künstlerische Werk einfließen, aber deine Interpretation eines nicht säurefesten Testsubjekts war wundervoll. Fuck, ey, du hast mein Rotes. Guck, geh mal durch mein Rotes. Guck, geh mal durch. Bestimmt geh ich da nicht durch. Irgendwie brauchen wir so ein Katapult, weißt du? Das einzige Katapult, was ich sehe, ist das da hinten, das schießt uns nämlich hoch. So, Problem ist nur, hier ist diese bekackte Wand. Wow! Gabelchen. Ah! 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 Hier können wir uns durchschießen Okay, okay, okay Kannst du, wenn du da hinten stehst, wo du jetzt stehst Da und Da und auf der anderen Seite Davon ein Portal setzen Warte Also wenn ich hier eins, nee, das ist ja kacke Wenn ich hier eins mache und dann dadurch gesterbe ich Ich kann nur auf der einen Seite Fuck ey Wenn ich, äh, da eins mache Ich wüsste, wie man das auf beiden Seiten machen könnte Ah, ah, ah Ich weiß, wie es geht Und zwar Stell dich mal da hin Ja So, jetzt mache ich mir hier oben eins Jetzt machst du mir mal hier eins Und da eins Da eins und da eins Ja Ah, alles klar Zack Gut Jetzt Guck mal durch deine Partnerperspektive Guck es dir mal an Hier bin ich Hier wird es angezeigt Von einem Portal ins andere Erzeugt diesen Katapult-Effekt Ja Das heißt, ich muss wahrscheinlich so Und dann immer da durch Aber es klappt halt nicht Das war dumm Ähm Es klappt halt einfach nicht so, wie ich das gerne hätte So Und zwar müsste ich ja dann so Ach, komm schon Weißt du Es fehlen halt immer so minimiert Probier doch mal Es müsste ja da oben irgendwie sein Fuck Nee, nicht da Fuck Das ist irgendwie immer so knapp Samma Alter Kannst du nicht hinten rechts Ah Da kannst du doch was machen Oh Uh Jee Ja, geh einfach durch Ja, oder so Nee Ja, jetzt kommst du da nicht hin Ich muss da Mach da auch das Gelbe oder so Ach, nee, das Nee, das rote, das rote So muss es sein Und da muss ich da unten das gelbe insitzen Wow Okay, aber wie Ich schieße mich jetzt wieder raus Haha Wie komm ich jetzt wieder raus Ähm, warte mal Ich flieche unten Kannst du Jaaa Kannst du mir da nicht diesen Katapult Das Katapulting unten Ja, kann ich, aber dann fliegst du Ich kann ja meine Portale hier nicht wegmachen Weißt du Ja Und dann fliegst du dagegen Ja, okay Kommst du irgendwie nochmal nach oben? Ja, okay Ich bin Da draußen Äh Warte mal Du machst da das Genau Ah Ah, 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 ah Ah, okay Ich weiß es Dann mache es Wuuuuhu Sehr gut Sehr gut Weil jetzt musst du da rein, ja Jetzt kannst du nämlich ein Pantal setzen Da soll ich dir einsetzen Du sollst jetzt dahin zum Kubus, ja Jetzt habe ich so einen Knopf gedrückt Jetzt kannst du da einsetzen Und ich Ah, alles klar, ich weiß wie Jetzt fängt es dann zu regnen, ey Oh fuck Ich bin Ich bin tot das fragt man sich äh, kannst du... nee, war eine doofe Idee einer muss auf jeden Fall da zum Kubus, ne? dann können wir den... aha, okay, ich weiß es ja, ich jetzt auch weil ich hier rüber gesprungen bin du bist ja der Jumpstar, ne? also geh ich mal rüber ja, du machst die ganzen Jumpstar und ich setz da eins hin und spring erstmal selber gegen und da eins, okay?